Und? Ist es so wie du sehr oft hast? Es gibt Höhen und Tiefen. Aber... Die Aufsicht ist echt klasse. Wie viel Liebe einfach in dem Spiel steckt ist echt schön. Das ist echt ein tolles Game. So. Seh dir das an. Wie überall. Eine verwaiste Quarantänezone. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Da ist das Krankenhaus. Solange wir nicht wieder irgendwelchen Zombies begegnen, ist mir das egal. Vielleicht geht es hier durch, hm? Aber auch nur vielleicht und nur ein bisschen. So, hier haben wir schon wieder so einen Hubwagen hier. Ah ne, komm wir gleich benutzen. Gut, was suchen wir denn jetzt? Ja, nehmen wir doch die Leiter. Ach so, ja. Ally in Action. Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Okay. Okay. Das machst du super. Da. Jetzt geht mir die Leiter. Jetzt geht mir die Leiter. Oh mein Gott. Was ist los? Ally. Renn doch nicht weg. Ally. Die ist doof. Ich lass die Leiter da jetzt liegen. Nein. Warum stellst du die denn nicht auf? Jetzt aber. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Ich sehe gar nichts. Ich sehe auch nichts. Was zur Hölle? Was hat die? Ich sehe nichts. Willst du mich verarschen? Ich bin jetzt verwirrt, was sie von mir möchte. Siehst du das? Eine Giraffe? Pssst, ganz leise. Schon gut, schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Warum ist da eine Giraffe? Na los, komm her. Mach schon. Hallo. Das ist echt cool. Da sind echt einfach mal Stumpfgiraffen. Na los, na los, na los. Da ist eine Giraffenherde. Mann. Wow. Was will die da sein? Etlich mal schöne Momente wieder. Und? Ist es so, wie du sehr oft hast? Es gibt Höhen und Tiefen. Aber... Die Aussicht ist echt klasse. Wie viel Liebe einfach in dem Spiel steckt, ist echt schön. Das ist echt ein tolles Game. Ich könnte den ganzen Tag jetzt stehen. Aber leider müssen wir weiter. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurück gehen zu Tommy. Und... Die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe... Das kann nicht umsonst gewesen sein. Okay, weiter geht's. Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich geh nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Das ist echt alles so verlassen und verwest und zerstört. Das ist... Irgendwie echt so ein bisschen so... Das ist echt... Die Vorstellung, wenn das mal... Wenn sowas echt sein könnte. Ich will den Panzer fahren. Ich will den Panzer fahren. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah... Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. Ich höre Hundis. Ich höre Hundis. Alles so verwest. Muss ich hier durch? Und was? Geld? Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich, äh, ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Okay, so. Was haben wir hier? Noch ein Panzer. Für das Umfeld, dass wir die nicht fahren können. Aber momentan ist das Spiel wieder schön. Das hat wieder viel Story und... Man merkt, die haben sich Gedanken gemacht und viele schöne Sachen eingebaut. Wie meinst du das? Ich hab achten, dass hier Infizierte sein können. In solchen Tunneln. Wer hatte es gedacht? Und wieder einmal versperren uns Infizierte den Weg in die Freiheit. So. Ach du Kacke Headshot So einen haben wir noch Hauptsache Ellie ist bei mir Jetzt ist noch ich Und der Deckel über Er ist tot Okidoki Oh der habe ich nicht gesehen Den habe ich nicht gesehen So Ok uns geht es gut Ich gehe jetzt mal zu der Pistole Dann kann ich vielleicht die Clicker Von weiten Warum war mir klar Dass da welche sind Und ich renne trotzdem blind um die Ecke Das war schwach von mir Oh Moni Wie schön I got the money Heilige Scheiße So So Dann habe ich die jetzt so schön Oh oh Tötet Ellie hier Oh Oh Was will Pop Good Aaaaaah